Hörmanns Eder Stahlbau, ein echter Traditionsbetrieb. Seit 1991 steht die Firma für österreichische Qualität. Zahlreiche Projekte in ganz Österreich zeugen von der hohen Kompetenz des Tommelshammer-Unternehmens. Von den 36 Mitarbeitern, die aktuell beschäftigt sind, wurden 22 selbst ausgebildet. Mit den derzeitigen vier Lehrlingen sind es sogar 26 Mitarbeiter. Mit der Verleihung des Eneu wurde Hörmanns Eder Stahlbau als qualitativ hochwertiger Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet. Fachlich gehört Hörmanns Eder Stahlbau zu den gefragten Unternehmen, wobei der Klimaschutz dank einer 200 Kilowatt Photovoltaikanlage und einem Photovoltaik-Energiespeicher ebenfalls hohen Stellenwert genießt. Ständige Investitionen im Produktionsbereich stellen sicher, dass die anerkannte Qualität zu jedem Zeitpunkt, auch natürlich künftig, gewährleistet ist. Hörmanns Eder Stahlbau – ein Tommelshammer-Unternehmen erster Güte.